Das tut mir total leid, aber das ist ja voll in der Pampa. Ich bin in 20 Minuten da, ich verspreche es, okay? Das ist doch nicht wahr. Das gibt es doch gar nicht. Frau Spangenberg. Frau Spangenberg, ich bin's. Ach du Scheiße, Frau Hepp. Nee, Hepp, aber egal. Was machen Sie denn hier? So geht das hier nicht. Halt, halt, halt. Was machen Sie? Hey, Frau Spangenberg, was machen Sie denn hier? Ich muss ungesehen, wir sind inkognito, die Stadt verlassen. Ich muss hier weg. Warum? Ich muss aus der Stadt. Wieso aus der Stadt? Ich mein, was denn? Ich kann, wir können doch nicht ohne Auto. Mein Finanzamt steht vor der Tür. Was? Mein Ex-Mann sitzt vor der Tür. Ich habe keinen Strom und kein Wasser. Ich muss zu meiner Cousine. Mein Navi sagt, es geht da lang. Was da lang? Da geht es doch nicht lang, Frau Spangenberg. Was denkt ihr, Navi? Sie haben überhaupt kein Auto. Jetzt kommen Sie. Ich nehme Sie mit. Ja, das ist eine ganz schöne Idee. Ja, super. Aber jetzt aber schnell, zackig. Ich habe überhaupt keine Zeit. Ja, ja, ja. Ich komme gleich vor. Frau Spangenberg, jetzt. Ich habe einen Termin. Ich bin schon 20 Minuten zu spät. Ja, steig jetzt. Die Party. Nee. Ich habe jetzt Vips in meiner Show. Ja, ja, ja. Ich muss den treffen. Nee, folgendes, Frau Spangenberg. Der Typ. Ich habe den angerufen. Das ist mein erster großer Vip in der Show. Oh Mann. Der Vip bin ich, mein Schatz. Scheiße, ich habe noch nicht mehr Empfang. Hm. Wer ist eigentlich der Vip? Der Vip? Mhm. Das kann ich nicht sagen. Echt? Das Geheim. Mhm. Geile Party, oder?